ja willkommen mein name ist der new lb und ich begrüße euch zurück zur let's play tales of crisis f in der letzten folge wurden wir ertappt von den fendelianern wie die gemerkt haben dass wir irgendwie hochstabler sind oder malik weil der irgendwie eigentlich schon tot sein soll und so dann sollten wir dann wurden wir von pascal zur amerikanischen enklave eingeladen und wir sind jetzt am vollkommen verkehrten ort wegen mir egal hier haben wir uns geht zeit abgelenkt was hat sich mit dem ich können nicht weitergehen ich habe zu finden little bro wo ist du pascal pascal hey little bro don't run off like that yikes didn't i tell you it was dangerous to run around on the snow well then perhaps next time you could mention it sooner but never mind what about the others did you find any of them find them wait a minute isn't that my line little bro huh by the time we realized that you were gone we've been looking everywhere what are you talking about that makes no sense i was right in front of you yeah but you were totally walking in the wrong direction i don't think that's true ah don't sweat it everybody gets lost at some point now let's get back to our friends march wenn er vor ihnen gelaufen ist warum haben sie ja nicht bescheid gesagt dass er in die falsche richtung läuft er hat logik das war mit zahlen mein gott ich mache so viele offscreen kämpfer aber ich habe irgendwie nie geld kann sein wie geht das aber sie gesehen wie geht das ich habe vielleicht noch mal lernen soll hätte ich mir mal richtig bekommen egal also diesmal geben werden nach da wo wir hin müssen also hier lang aber kern schön klar geil ja gut dass das nicht schon mir schon mal sagt wo ich hin muss hallo wir sind noch alle im eimer ich habe schon gemeistert was aus wie dieser angriff was er jetzt dieser angriff ist erst mal was hast du gesagt x drache hört den attribut artelige titel das ist gut erst mal ausreichend nicht mein gott ich kann schon mal anfangen damit ich bin mal versucht einige angriff aus der wende und macht für die verteidigung warte mal wie viel 2000 nein wir nehmen mal hergift effekt runter irgendwann ein bisschen immer so groß bei merik ich bin einfach so viele leute geht alle auf mich los war auch helfen danke das schub aufladen vielen kreis meisterin und unerhaltsschleier adepten deswegen kann ich eigentlich auch abstellen aber dann ist ja gar keine heiztauber mehr glaube ich das einsetzen kann ja mit dem blöd das mal ich war ja irgendein heilzauber hallo kann man aber immer so wenig ap kommen wir ja schon wieder so eingesetzt und mein zauber abgebrochen das hauptkater zu steuern ist jetzt andauer angegriffen von irgendwas überhaupt nicht schlecht so ich dachte schon einen moment auf meine aufnahme steht schon 25 minuten geht doch gar nicht wenn wir sehen wie geht denn das ja wenn ich mal zu kommen die richtigen zauberin zu setzen dann bringt es aber aber auch schon gesehen was kein profit in den gegnern ich weiß jetzt nicht wo ich hier richtig hingehe deswegen gehe ich jetzt mal hier lange ich nehme ein paar sparen jubels ich habe jetzt ein beispiel in mir genommen hatte feuer schlag jetzt nicht gegen feuer anfällig was so ein schlechter schnee mann irgendwie weil er trotzdem dagegen ab wie ist die wir sind die wirkosten irgendwie anders aber wenn man ausweicht okay das gut das nützlich tausende herzen vor 2000 noch nicht mal für tausende herzen andere ich war mal hier vorher schlag kreis angriff was man hat in verbrüllung los kommt boink 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 verdammt weg geht weg geht doch mal jemand anders auf die los abgelöst mein gott ich kann irgendwie nach ihnen kann ich ins menü gehen millionen kürbisse und melonen kurz und bündig ich bete pumpkings raised in the snow must be especially sweet hubert are you interested in pumpkings too do you want to take some with us no that's not necessary hubert has been looking at me ever since he joined us i wonder what he wants hey is there something you want to ask me hubert it's better to let it out than to bottle it up you know there is something that's concerned me for some time now but hmm how to put this go ahead speak your mind if i may be blunt that skirt is far too short huh my skirt it is a distraction to everyone during combat do you understand how much of your thigh you're revealing it's an affront to basic public decency hey come on hubert stop staring at me like that well then you should start dressing more appropriately oh mein gott nein die rocks zu kurz wo liegt denn das problem ich verstehe es nicht schöne feder wegwerfen ja okay sowas macht ihm fertig mit sowas macht ihm mental zum frack da ist dann ist dann noch mehr gemüse oder nee das ist eine truhe da sie hoch so sagen ich das schon wieder anbau fällt warum wachsen überhaupt so viele sachen ist weil schnee gegeben hat und so gesehen wir gehen doch bist du du bist auch überhaupt nicht in mich verliebt oder irgendwie sowas ich habe keine ahnung von soweit ein blauer schale roter schal blau schal standhaft ihr habt standhaft ich habe ein wirken wird ja gar nicht mehr abgebrochen bald hallöchen wo bin ich jetzt überhaupt ich war ein paar katars irgendwie hier bin ja okay wir sind hier herr glitzer pünktchen irgendwie alleine irgendwie finde ich keine die neuen truhen also da wo man die weg findet und das bleibt einen titel auf fünf gemacht wird auf screen eingemeistern weil ich da kann machen wir in lebensweg noch jemand nein ok noch mal noch mal schon einige na gut das ist mir so genau wo wir hin müssen aber wir müssen nach oben irgendwo da ist ein speicherpunkt kurz aber das ist mir unten dann aber hier sind wir jetzt aber das ist eine drohe geh weg verdammt so kann ich gegen dich kämpfen und das hat nur steinsperr gut an der niedriger steinsperr noch nicht gemeistert hat so eine kurze wirkzeit im kopf aber nein lustig wo Äh, anuganscher Widerstand. Diese Zusatzausrüstungseffekte sind so random... ...ich begreif's nicht. Das geht... Ja, ein Hauch von Wandel. Der Wind ist so stark. Oh, ich hab' den Kopf, Sophie! Ich versuch' dich, oh, Wind, noch stärker! Die Wind sind noch stärker. Wir müssen weitergehen? Der Enklave ist ein langer Weg. Was denkst du, Captain? Ich würde schnell, aber stein weitergehen. ...to avoid exhaustion. Du schweigst, Hubert? Nein, ich habe absolut keine schweigst. Mount Savhart ist der höchste mountain in Fendel, nachher. Also, ich würde einfach sagen, ...die Verwaltung hat immer immer prudente. Es gibt keine Worte für uns zu fragen. Bitte, nach dir. Okay. Wow. Da hat er immer Einsicht. Dann tun wir mal hier speichern. Aber ein Speicherpunkt ist, da... ...wartet auch oft ein Grund zum speichern. Wow, das war irgendwie sehr intelligent, was ich gesagt habe. Und niemand hat's gehört, außer alle im Internet. Äh, komm. Wo gehen wir lang? Da ist eine Trüe. Verdammt! Ich wollte nicht gegen mich kämpfen. So. Nein, 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 nein. Au! Mein Gott! Geht weg! Geht weg! Au! Sack! Verdammt! Geh weg! Au! Sack! Verdammt! Geh weg! Verdammt! Geh weg! Es bleibt schon wieder auf 5 Brach! X-Lebungen! Cool! Warte mal hin, haben wir... Nein, wir haben noch keinen irgendwie... Neu! Verdammt! Warte mal hin, noch hier... Boah, ja, stimmt! Mh... Ausweichen... Ja, komm. Gehen wir mal ein paar Dinge ziehen. Ein paar Arzt auch drin. Verdammt! 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 arzt so dann hier haben wir 3670 wenn mich meinen erinnerungen nicht täuscht dann auch hier dann hier was ist die hintergrundmusik so viel wo du brauchst du keine angst haben hey was ein klingeln keiler und ich ging er perfekt der könig eine spezielle nahrungswert auf berg drohend jetzt voll auf mich und es ist mir ein bisschen zu viel ab mein gott aha vielleicht was kann noch im team haben sollen irgendwie schon gedacht steinern steinschwer steinschwer oh gott hat es satt denn aber wie viele sind da aufgetaucht mag ich das war gut wird nicht so gut sein warum gehen wir die posse eigentlich immer nur so aufs maul ich ging versteinern auf den neuen dienpakt schafft ja irgendwie schon ganz nur noch wenig jetzt so weg von charia spinne jetzt kannst du mal auf mich losgehen wenn du bock hast ja kannst du bitte ich über danke nein jetzt gehen sie wieder alle auf die los auf die sie nicht sollen ich habe auch schon so viele trank des lebens dinge hier aufgelevelt oder wir verlieren kaputt ganz vom weiten angreifen du mal irgendjemanden ja ja nein nicht mich zu kommen ausweichen nein weg von ihr auf mich los schmeckt schmeckt vor allem stimmten vor mein gott der kampf hätte vier lockere ablaufen können aber nein ich habe mich hier voll ignoriert kannst du mal auf mich losgehen danke ja auch mich los ich krieg die krise das ist sowas von typisch ne okay du gehst eben auf mich los ich verstehe jetzt gehst du auf juba los ey mein gott jetzt gehst du auf espel los du gehst immer auf die los die du nicht sollst jetzt gehst du auf mich los mein gott ich krieg die krise hör auf jetzt der dreht um einfach der dreht einfach um okay der dreht eiskalt um habe ich irgendwas alle heilt ganz ehrlich so gut auf mich los ich hatte ja schon wieder kollegen geholt und jetzt hat er das gemacht ernsthaft ist so typisch ne dann komme ich mich erst noch nicht ich auch noch sogar ausweichen kann ja danke selbst bei k.o.sor ich habe dich gerade geheilt ich weiß mal nicht fertig weil dann kann ich mich um die kleinen fische kümmern kümmern sag mehr nein nicht töten nicht töten du auch nicht das war perfekt alle am leben ist so ausgesehen als wir alles nach planen laufen mega schallstoß und so weiter und so fort und dann auch immer tippten titel und so was weiß ich war war natürlich wieder viel nervt hätten als es hätte sein können ja 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 ich Ich denke, du hast ein Recht zu sein, mit mir zu sein. Selbst der größte Wartier kann nicht durch ein einziges Fehler sein. Ich glaube. Jedoch, du siehst deine Fehler und siehst du zu ihnen, Hubert. Mit dieser Maturität, du bist nicht möglich zu machen, die gleiche Erreignung wieder zu machen. Es ist so, dass du mich immer wieder aufhörst, Kapitän. Ich erwartet, dass du viel angrierst mit mir bist. Ich habe keine Chance für einen Mann, der sich selbst verletzt hat. Dankeschön, Kapitän Malik. Und außerhalb, niemand wurde verletzt. Wir waren Glück. Aber jetzt ist es vorbei, richtig, Pascal? Richtig ist, Kapitän. Nein, nein, das ist nicht akzeptabel. Ich lege dir eine Geld, und es muss sich bezahlen. Willst du Mittagessen? Okay. Gerne. Sofie kann den Lockhart schleppen. Ja, hoffentlich. Ich will da hin. Ich würde aber sagen, wir machen... Ich glaube, da kommt nicht noch eine Cutscene oder so, weil dann ist der Pacht schon wieder irrsinnig lang. Nein. Bis bald dann. Aber da war irgendwann ein Speicherpunkt dabei. Ein Formel-Kristall. Gut. Gut. Auch nicht. Hä? Egal. Äh, okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Christ's Death, wenn wir hier die amerikanische Enklave betreten. Ich zeige uns zu euch. Tschüss. Bis zum nächsten Part. Und然後 be